Nachdem du nicht prägt hast, gehst du raus, dann machst du andere weiter. Ich muss sehr hinziehen. Also, locker, mach die Nutzung lockerer. Höhen langsagen, locker. So, war's gut? Denk können wir hoch. Wie heißt der Junge? Ja, wie er heißt? Wie heißt der? Thomas. Lass ihn machen. Ausweiten. Lass ihn kommen. Ausweiten. Der erste wieder hoch, bitte. Nein, der wieder hoch. Die andere wieder hoch. Die andere wieder hoch. Okay, break. Tuch, tu rein. Tuch raus. Was ist das? Was ist das? Ich meine Eranus, der, der, ähm, er hat ja mit Thomas Aschow schon mal gemacht, ne? Wenn er will, kann er mit Thomas auch noch mal machen, oder Franz? Dein Mann, ne, kann er gegen Thomas auch noch mal machen, oder? Nicht so? Ja. Das hat mich gut. Das soll nicht. Aber beim Gegner, für Lungen oder für Marzen, ist ein bisschen schwer. Ja. Aber die machen wir hier bei euch. Die zwei, oder? Zwei Mal pro Woche. Ja. Wie lange machen wir noch mit der Trubel? Wir wollen dann... Okay. Okay. Geh, geh, geh. Okay. Jawohl, es war lieb. Wenn ihr da... Geht's mir mal eine Minute und da unten mal mal gucken. Was ist das Schnee? Also, ich würde sagen, dann machen die anderen, bevor sie rumstüllen. Geh mal her. Dann kannst du mal, ähm... Wollt ihr den Kopfschutz machen? Ne, muss ich ja grinsen. Das machst du auch nicht. Ja. Ja. Schnell. Okay. Dann geht's auch, ähm... Untertitelung auf. Dann geht's ganz.